Herzlich willkommen an der FVSS Epstein. Unsere Schule, die sich nicht nur die Ziele, Umgang mit Stärken und Schwächen, Ausschöpfung unserer Fähigkeiten, Lernen eigene Entscheidungen zu treffen, selbstständiges Lernen, um die Welt besser zu verstehen, Träume zu verwirklichen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, Lernen den eigenen Weg zu gehen, aber auch wenn man Problemen aus dem Weg geht, durch früheres Erkennen und Umzukehren, bietet auch eine große Vielfalt an Angeboten und unterschiedlichen Räumlichkeiten. Angefangen von vielen verschiedenen sportlichen wie auch kreativen AGs, bietet die Schule zusätzlich eine Ganztagsbetreuung, LRS-Kurse und Nachhilfe für ihre Kinder. Zudem gibt es für die Kinder in der ersten und zweiten Pause die Kafta, bei der sich die Kinder frisches und gesundes Frühstück kaufen können. In der Mittagspause können sich die Kinder warmes Essen in der Mensa holen. Neben Klassenräumen haben wir eine Bücherei, eine Küche, zwei Computerräume, drei Kunst- und Handwerksräume, drei große Schulhöfe und einen Multifunktionsplatz zum Sport machen. Die Sporthalle ist ebenfalls auf dem Gelände. Die Klassenräume sind mit Smartboards und WLAN ausgestattet. Die Schule hat im Falle von Streitigkeiten zudem eine Schulsozialarbeit und nette und aufmerksame Lehrkräfte. Und an die Schule hat erz tulee, sieühren einienst, sie pictureen, sieben die Schüler und sieben die und sieben die Tür. Das geht für die Schule. Untertitelung des ZDF, 2020